Herzlich willkommen zum Streaming Koffer Tutorial. Wir von Mediale Pfade stellen euch einen kostenfreien Streaming Koffer zur Verfügung, mit dem ihr eure Veranstaltung, egal ob in Präsenz, Hybrid oder Digital, aufzeichnen und oder streamen könnt. Auf der Webseite streamcometrue.de könnt ihr den Koffer kostenfrei buchen, findet Informationen zur Ausleihe und Rückgabe und ein weiterführendes Handbuch. In diesem Video möchte ich euch die grundlegenden Handgriffe für die Nutzung des Koffers zeigen. Dafür öffnen wir als erstes natürlich den Koffer, entnehmen einmal den Schutz der Technik und im unteren Fach des Koffers unter der Technikklappe finden wir unser Netzwerk und unser Stromkabel. Wenn der Koffer bei euch angekommen ist, müsstet ihr diesen natürlich als erstes anschließen. Wir fangen einfach mal hier auf der Seite an. Der wichtigste Anschluss für uns ist natürlich der Stromanschluss. Den stecken wir auch direkt mal an. Das Kabel ist direkt mitgeliefert. Der kann nur an einer Stelle angeschlossen werden, muss dann aber auch gedreht werden, dass er fest ist. Ihr könnt es prüfen, den kann man dann auf jeden Fall nicht mehr rausziehen. Die weiteren Anschlüsse, die wir hier an der Seite noch haben, sind die Möglichkeit ein externes Mischpult anzuschließen. Und wir haben hier einmal einen Netzwerkausgang. Da können wir Internet rausgeben. In unserem Koffer haben wir einen Router drin. Den müssen wir aber grundlegend erstmal mit Internet versorgen. Dafür haben wir den Anschluss hier außen, Warn genannt. Da können wir direkt unseren RJ45 Stecker reinstecken, mit dem wir Internet in unseren Koffer bringen. Des Weiteren haben wir hier hinten unsere Eingänge für die Kameras und einen Ausgang. Beziehungsweise natürlich nicht nur für Kameras, sondern auch externe Laptops. Wir haben hier vier SDI-Anschlüsse. Dazu haben wir diesen runden Stecker, der auch BNC-Anschluss genannt wird. Den kann man einfach auch nur an einer Stelle reinstecken. Da kann man ein bisschen probieren und dann einfach einmal festdrehen. Dann ist der auch nicht mehr rauszuziehen. Sonst gibt es natürlich noch den klassischen HDMI-Anschluss. Damit kann ich Laptops oder auch Kameras über HDMI anschließen. Das tun wir auch in dem Fall einfach mal und stecken den hier an. Damit hätten wir jetzt schon zwei Bildquellen, die wir reinbekommen. Was aber auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist unser Ausgang. Das ist auch mit HDMI. Da habe ich dann die Möglichkeit einen externen Monitor anzuschließen. Oder aber auch ein Bild auf einen Beamer zu geben. Um unsere Kugelkopfkameras, die wir euch später noch mal ein bisschen genauer vorstellen, zu steuern, brauchen wir ein Netzwerk. Dieses Netzwerk wird durch einen Router in diesem Koffer produziert. Und wir haben hier einen LAN-Ausgang, wo wir einfach ein ganz normales Internetkabel anschließen können. Oder Netzwerkkabel. Und um das aufzuteilen und unsere Kameras zu steuern oder gegebenenfalls auch einen Laptop noch darüber mit Internet zu versorgen, haben wir einen Switch, der mit beiliegt. Und den schließen wir einfach direkt hier an. Der wird dann damit versorgt und teilt unser Netzwerk auf. Das sind unsere Kugelkopfkameras. Und diese müssen mit Strom versorgt werden. Diese sollen natürlich das Bildsignal an den Koffer senden. Und sie müssen gesteuert werden. Dafür brauchen wir drei Kabel. Das ist zum einen das Stromkabel, was wir hier ganz links anstecken. Dann haben wir das eben schon erwähnte Netzwerkkabel, was wir in den Punkt NDI Video einstecken. Und wir haben das auch schon erwähnte Video- und Audioübertragungssignalkabel, SDI oder auch BNC genannt, was wir hier rechts einstecken und auch wieder rein und mit einer Vierteldrehung festmachen. Wenn wir unsere Kameras angeschlossen haben, wollen wir diese natürlich auch steuern. Das können wir mit solch einem Steuerungsgerät machen, was wir natürlich auch erst einmal anschließen müssen. Dafür brauchen wir zwei Stecker. Wie gehabt, der genau gleiche Anschluss für den Strom. Und auch wie bei den Kameras gibt es einen Netzwerkanschluss, den wir einfach direkt belegen. Dann können wir dieses Gerät auch schon benutzen und müssen es eigentlich nur noch in unseren Switch einstecken. So, wir haben unseren Koffer mit Strom und Internet versorgt, haben auch die erste Kamera angeschlossen. Jetzt wollen wir natürlich auch die Geräte im Koffer starten. Dazu geht ihr einmal in den unteren Bereich des Koffers, könnt dort eine Steckdosenleiste starten, habt hier unseren Mini-PC, den wir hier anmachen können und könnt hier dann noch unser Audio-Mischpult starten. Wir haben zwei Monitore. Der linke Monitor ist an unseren Mini-Computer angeschlossen. Dort haben wir die klassische Windows-Oberfläche. Der rechte Monitor ist an unseren Bildmischer angeschlossen. Und wir sehen hier unsere verschiedenen Kameraeingänge und auch unseren Computer, wo wir natürlich separate Zuspieler mit ins Bild packen können. Des Weiteren haben wir noch eine Festplatte, mit der wir unsere Aufnahmen speichern können. Wir haben das Mischpult für den Ton, mit dem wir nachher unsere Mikrofone regeln können. Auf der rechten Seite unseren Bildmischer, wo wir nachher die Kameras einblenden können, die wir sehen wollen, die Bilder bzw. die Zuspieler. Und dann haben wir noch einmal eine Tastatur, die kann man auch einfach bequem abmachen, um sich vielleicht auch hinzusetzen. Und natürlich eine Maus, mit der wir den Computer steuern können. Dann sehen wir hier noch folgende Anschlüsse. Einmal die Möglichkeiten, externen Datenträger anzuschließen, beispielsweise einen USB-Stick oder eine Festplatte, einfach um Videos oder andere Sachen, Präsentationen zum Beispiel, auf den Computer zu bekommen. Wir haben hier noch einen weiteren Anschluss für das Stream Deck. Was das ist, erklären wir später nochmal genau. Und dann haben wir hier noch den Anschluss für den Kopfhörer, damit man eben halt den Ton auch perfekt einpegeln kann. Dann schauen wir uns als nächstes mal unser Tonmischpult an und das ganze Equipment, was mit diesem mitkommt. Das Ganze ist in solch einer Tasche untergebracht. In dieser Tasche habt ihr das komplette Equipment, um zwei Personen zu verkabeln und perfekten Ton zu bekommen. Schauen wir doch einmal rein, was wir dort drin haben. Wir haben zum einen die Box, unseren Empfänger und die zwei Sender. Dann haben wir eine Handkeule hier mit drin, falls man eine Interviewsituation hat. Und zum Beispiel auch externe Mikrofone, die man sich ans Hemd oder T-Shirt klippen kann, um wunderbaren Sound zu bekommen. Ansonsten sind hier drin noch alle Kabel, die ihr braucht, um diese Dinge anzuschließen und natürlich, um die Sachen aufzuladen. So, dann gucken wir einmal in diese Box genauer rein. Fangen einfach mal mit dem Empfänger an. Wo schließe ich den denn an? Ihr könnt den starten, indem ihr hier oben auf diesen Knopf lange drückt, bis das Display angeht. Und dann können wir damit schon loslegen. Ihr findet im hinteren Teil des Koffers zwei Kabel, die beschriftet sind mit 1 und 2 und 3 und 4. Und wir schließen den jetzt natürlich erstmal an die 1 und 2 an. Legen uns das Ganze hier einfach hin. Nehmen dann unsere Sender raus. Diese Sender startet ihr genauso mit Klick auf den Button sehr lange, bis beide blaue Lampen leuchten. Sobald ihr das gemacht habt, seht ihr auf dem Display des Empfängers auch die Akkuladung der Sender. Diese Sender haben einen ganz normalen Clip dran. Man kann den sich also auch einfach ans T-Shirt klippen oder an die Jacke. Hier ist ein Mikrofon drin verbaut. Damit kann man einfach auch guten Ton aufnehmen. Und ihr findet hier auch den Eingang, um die auch mitgelieferten externen Mikrofone anzuschließen. Sobald die beide an sind, könntet ihr zwei Personen verkabeln. Solltet ihr die Personen nicht direkt verkabeln wollen, könnt ihr auch mit einer Keule arbeiten. Die ist auch dabei. Besteht aus einem Popschutz und einer Halterung. Auf diese Halterung kann ich sehr einfach meinen Sender aufstecken. Und dann kommt der Popschutz wieder drüber. Und ich habe ein perfektes Mikrofon, um Interviewsituationen mit anderen Personen zu führen. Werfen wir doch noch mal einen Blick genauer auf unser Mischpult. Auf der 1 und der 2 unsere beiden Mikrofone schon angeschlossen. Genauso habt ihr die Möglichkeit, auf 3 und 4 mit dem weiteren Stecker und dem Rode-Mikrofon zwei weitere Mikrofone mit hinzuzufügen. Als nächstes haben wir hier noch drei weitere Eingangsmöglichkeiten. Für uns jetzt erstmal sehr, sehr wichtig. Der PC, der hier drin eingebaut ist. Ich habe jetzt hier gerade eine Zoom-Konferenz im Hintergrund laufen. Und ihr seht, die Leute unterhalten sich. Und wir haben auf unserem Display auch den entsprechenden Ausschlag. Sprich, wir haben den Ton von Zoom hier auf dem Rechner und können damit dann auch diesen Ton in den Livestream beispielsweise bekommen. Weitere Anschlussmöglichkeiten sind über ein Klinkenkabel, ein Handy, was ich noch anschließen kann. Oder ich kann das Ganze auch sehr bequem mit Bluetooth verbinden und kann dann hier dementsprechend auch nachsteuern. Der letzte Regel hier auf der rechten Seite ist dafür gedacht, diese Einspieler, die man auf diese Buttons legen kann, noch zu pegeln. Und was wir sonst noch sehen, sind hier oben Möglichkeiten, Kopfhörer anzuschließen und zu pegeln. Und unsere Ausgangsgeschichte lauter und leiser zu machen. Ihr habt hier den großen Aufnahme-Button. Und im hinteren Teil des Gerätes kann eine SD-Karte eingesteckt werden. Der Vorteil ist, dass jede Audiospur einzeln aufgezeichnet wird und ihr am Ende den Schnitt etwas einfacher habt, weil ihr eben halt die Audiospuren einzeln dazu oder rausnehmen könnt. Habt ihr einmal alle Töne ordentlich eingepegelt und alle Personen sind leicht laut und gut verständlich, muss dieses Tonsignal natürlich noch in unseren Bildmischer, wo neben den Kameras halt auch die fertige Summe der Audiosignale ankommt. Dafür habt ihr auf der linken oberen Seite den Punkt Rode, so heißt unser Gerät, ihr seht es hier drüben, habt ihr die Möglichkeit, hier den Ton an- und auszustellen und dementsprechend den Ton im Stream oder in der Aufnahme zu haben. Solltet ihr an einem Veranstaltungsort sein, wo es bereits eine komplette Soundanlage gibt und ein Mischpult und jemand anders übernimmt, die das Mischen der Tonsignale und das Pegeln, dass alle gleich laut sind, dann habt ihr die Möglichkeit über diesen Punkt und die beiden außenliegenden Buchsen, wo wir unsere Mischpult-Summe aus dem Veranstaltungsraum einbauen können. In diesem Fall müsstet ihr im Bildmischer dann den externen Mikrofoneingang aktivieren und könnt den anderen natürlich ausmachen und habt dann einfach euren fertigen Ton vom Mischpult auch in eurem Stream oder in eurer Aufnahme. Als nächstes schauen wir uns den Bildmischer etwas genauer an. Bekommt ihr auf einer Veranstaltung beispielsweise eine Präsentation per Stick, habt ihr die Möglichkeit über unseren Datenanschluss diese Daten auch auf den Rechner zu übertragen. Dazu nehmt ihr einfach diesen besagten Stick, steckt den hier ein und könnt dann darüber natürlich auch entsprechende Präsentationen aufrufen. Das können wir dann hier auf die 5 ziehen und haben hier dann auch dementsprechend unser Vollbild, also haben eine weitere Quelle, die wir mit reinnehmen können. Wir haben vorhin schon einen ersten Blick drauf geworfen, als es darum ging, welche Tonquellen wir hier reinbekommen. Das war ja einmal unser Mischpult hier oder gegebenenfalls ein externes Mischpult. Jetzt soll es uns aber um unsere Bildquellen gehen. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir am Koffer außen sieben Eingänge, die wir nutzen können und einen Ausgang, den schauen wir uns später an. Diese sieben Eingänge sehen wir hier auf unserem Monitor auch. In unserem Fall ist sogar noch eine achte Quelle da, war unser Mini-PC, in dem wir hier Dinge einspielen können. Entweder eine Zoom-Konferenz, die ich dort zeigen möchte oder eine Präsentation, die ich entweder auf diesem Mini-PC habe oder wenn der Referent oder die Referentin auf den letzten Drücker mit ihrem Stick kommt, haben wir auch die Möglichkeit, diesen Stick hier oben einfach einzustecken und die Präsentation davon abzufahren. Viele, viele Knöpfe, lasst euch davon bitte nicht verunsichern. Die meisten sind für uns jetzt gerade völlig unwichtig. Um das Ganze zu bedienen, ist ganz viel voreingestellt und uns interessieren im ersten Fall erstmal unsere acht Eingänge, die wir haben, die wir über diese Tasten hier unten steuern können. Ihr seht jetzt auf unserem Monitor hier unsere acht Quellen im unteren Bereich. Für uns jetzt wichtig, der rechte große Monitor oben auf der rechten Seite ist unser Programm. Das ist das, was letztendlich nachher im Stream auch zu sehen ist. Da ist jetzt aktuell die Kamera 1 an. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Kamera 2 wechseln will, mache ich das, indem ich einfach auf die 2 drücke. Genau. Wenn ich eine externe Quelle, wie zum Beispiel unser Mini-PC, reinholen möchte in das Bild, dann sehe ich ja, er ist auf der 5, dann drücke ich auch dementsprechend auf die 5 und dann ist er auch da. Nehmen wir mal als Beispiel, ihr seid auf einer Fachkonferenz und braucht eine weitere Quelle, nämlich die Folien einer vortragenden Person auf der Bühne. Die brauchen wir natürlich im Livestream oder in der Aufnahme, damit die Leute, wenn sie es am Ende anschauen, auch diese Folien sehen können. Das könnt ihr relativ einfach machen, indem ihr nämlich einfach eine der weiteren Eingänge benutzt und den Laptop der Referentin vorne oder des Referenten einfach per HDMI mit dazu holt. Ich würde das jetzt einfach mal machen und schließe mal einen weiteren Laptop an. Und mit Blick auf unseren Bildschirm sehen wir, das Signal ist sofort da und ihr könnt die Folien ganz einfach mit Klick in dem Fall auf unsere 6 auch in den Stream oder in die Aufnahme holen. Nun haben wir diese Folien natürlich hier bei uns in der Bildmischung, aber nicht mehr auf dem Beamer im Saal, beispielsweise bei der Fachkonferenz. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir am Koffer hinten eine Video-Out-Buchse über HDMI. Die können wir benutzen, um die Folien oder auch ein fertiges Bild wieder vorne auf die Beamer-Leinwand zu bekommen. Dazu würden wir den Beamer direkt an das Video-Out hinten am Koffer anschließen, den ich hier auf der rechten Seite ganz bequem mit dem Signal füttern kann, das ich möchte. Das wären im Endeffekt unsere 8 Kameras oder 8 Eingänge, die wir haben. In dem Fall Kamera 1 und 2, die ich relativ einfach durchschalten kann oder eben halt auch die Folien des Präsentationsrechner, die wir in unserem Fall ja auf der 6 zu liegen haben. Da gehe ich einmal drauf und schon habe ich die auf dem Beamer oder auf einem Monitor. In unserem Fall arbeiten wir aktuell mit zwei Kugelkopfkameras, auch PTZ-Kameras genannt, die fast 360 Grad abdecken können und für Gesprächssituationen an einem Tisch sehr gut sind, weil man so vordefinierte Stellungen einstellen kann und dann die Kamera automatisch auf bestimmte Punkte fahren kann. Um diese Kugelkopfkameras bequem zu steuern, nutzen wir ein weiteres Feature dieses Koffers, was wir noch gar nicht weiter besprochen haben, vorhin aber kurz erwähnt haben. Und zwar ist es der Anschluss mit dem Namen Stream Deck. Ist ein ganz normaler USB-Anschluss. Dafür haben wir ein separates Gerät. Das ganze Gerät sieht so aus. Ist ein kleiner Kasten mit Tasten. Den können wir da ganz bequem über USB anschließen. Das tun wir einmal. Und damit das Gerät auch weiß, was es tun soll, muss ich einmal ein Programm steuern, was auf dem Desktop liegt. Das heißt Companion. Und sobald ich das gesteuert habe, können wir nochmal auf das Stream Deck gucken. Tauchen unsere Kamerasteuerung auf. In unserem Fall können wir halt hier in alle Richtungen steuern, können zum Beispiel auch noch rein- und rauszoomen. Ich würde jetzt in dem Fall einfach mal die Kamera 2 nehmen, die direkt vor mir steht, damit das auch gut zu sehen ist. Und wird einmal kurz nach rechts schwenken und einmal kurz nach links. Ganz genau. Dann kann man hier nochmal die Seite wechseln und, ups, kleinen Moment, in die Richtung. Und kann hier zum Beispiel einmal reinzoomen und auch wieder rauszoomen. Genau. Wem es zu wenig Knöpfe sind, um die Kameras zu steuern, dem können wir noch eine weitere Möglichkeit bieten. Das ist nämlich die originale Kamerasteuerung für diese Kameras, wo wir auf den Tasten F1 und 2 in unserem Fall jetzt die beiden Kameras zu liegen haben. Ihr könnt diese Kamera dann ganz bequem mit diesem Knüppel hier auf der rechten Seite nach rechts oder nach links fahren. Ihr könnt natürlich genauso über die Wippe hier auf der linken Seite oder eben halt auch den Steuerknüppel, in dem ihr dran dreht, rein und auch wieder rauszoomen. Wenn ihr es noch ein bisschen einfacher haben wollt und über eigene Kameratechnik verfügt, könnt ihr natürlich auch eure Kameras benutzen und die über die gleichen Anschlüsse hinten in eure Bildmischung reinholen. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch die Handhabung etwas vereinfachen können. Dieser Koffer kann viel, viel mehr, als wir in diesem kurzen Video unterbringen konnten. Schaut auf jeden Fall auf die Webseite streamcometrue.de vorbei für weiterführende Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank.